Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe hier ein neues Ultrabook, ein MacBook Air. Und hier Zubehör. Ich habe auf dem Kanal schon ein anderes Video gemacht zu meinem MacBook Pro, was ich jetzt seit 2011 hatte. Also über 8 Jahre. Womit ich sehr zufrieden war. Deshalb ist es bei mir wieder ein Mac geworden. Auch wenn das ein sehr kontrovers diskutiertes Thema ist. Ich weiß, dass man für das Geld sicher auch mehr Technik bekommt. War aber wie gesagt mit dem letzten Mac sehr zufrieden. War das erste Laptop mit dem ich eigentlich überhaupt keine Probleme hatte. Was 8 Jahre super durchgearbeitet hat und jetzt immer noch im guten Zustand einfach weg geht, weil es neue Technik gibt. Sonst hätte ich das auch noch weiter benutzt. Und ja, das ist so ein Adapter dazu. Den habe ich gleich dazu bestellt. Weil das keine USB Anschlüsse mehr hat. Das ist natürlich der Nachteil beim Mac. Man braucht immer diesen Adapter. Das ist so eine eigene Geschichte beim Mac. Ist halt so. Muss man mit leben, wenn man das haben will. Kann man auch diskutieren. Also hier hat man dann quasi Kartenleser und 3 USB Anschlüsse. Das kommt dann an das MacBook dran. Das gucken wir uns auch an. Und das ist einfach so ein Hardcase, was da drum kommt. Ja. Das ist wieder keine Werbung. Auch wenn es jetzt explizit Mac ist. Und wenn man eben hier auch die Marken gesehen hat. Das ist alles von Amazon. Und ja. Gucken wir uns das hier an. Assembled in China. Das war eigentlich klar, dass das daher kommt. Machen wir das einfach mal auf. Aber wir brauchen ja keine Schere. Das ist hier so aufzureißen. Und zack. Und dann. Ah ok. Dann klappt man das hier auf. Und dann hat man den typischen Äppelkarton. Der Rest kann dann weg. Das ist natürlich wieder viel Papier. In dieser Wegwerfgesellschaft. So. Dann haben wir hier. Brauchen wir auch keine Schere. Das kriegen wir auch so komplett ab. Das finde ich schon mal gut. Nicht, dass das bei anderen Produkten daran scheitern würde, dass man die Verpackung aufträgt. Aber. Ist immer ganz gut. Ich finde das immer ganz gut, wenn das ähm. Wenn man das komplett Werkzeug losgeht quasi. Ohne Werkzeug. So. Gucken wir uns mal den Karton an. Vorne drauf sieht man das typisch. Das aktuelle MacBook Air 2019 ist auch nicht viel dünner und viel leichter als das MacBook Pro 13 Zoll. Muss mal gucken. Hat das 13 Zoll oder hat das 11 Zoll. Ich weiß es schon gar nicht mehr. 13 Zoll. Ähm. Ich habe das jetzt schon 2-3 Wochen liegen. Und ähm. Deshalb halte ich das gerade nicht mehr auf dem Schirm. Hier haben wir die Daten. Also wir haben ein Retina Display. Wir haben hier den Prozessor. 8 GB Arbeitsspeicher. 256 GB SSD. Und die ganzen Features. Also voll ausgestattet. Die Variante habe ich genommen in 13 Zoll. Und ansonsten der herkömmliche stabile Apple Karton. Ähm. Fand ich auch damals schon schön. Weil damals war Apple einer der ersten, der das so robust gemacht hatte. Das iPhone kommt immer in so einen Karton. Ähm. Ist in Anführungsstrichen eine Kleinigkeit. Das kostet die gar nichts. Aber ähm. Gerade ich bin so jemand der dann nach sowas guckt. Und ähm. Ja. Ist halt schöner für die Optik. Macht halt den ersten Eindruck schöner. Machen wir das auf. Den Deckel legen wir weg. Dann haben wir schon das Gerät. Hier vorne mit so einem Zipper. Ist wirklich sehr leicht. Ist auf jeden Fall deutlich leichter. Als das ähm. Macbook Pro 2011. Aber das war zu erwarten. Ich habe jetzt kein ähm. Macbook R 2011 zum Vergleich. Ja. Das ist das Gerät. So wie man das kennt. War so zu erwarten. Behaupte ich mal. Dann haben wir hier. Vermutlich das Ladekabel. Hier sieht man diese äh. Anschlussbuchsen. Schau mal. Wir packen erstmal noch weiter aus. Genau. Hier ist der Adapter. Garantiert. Ups. Jetzt habe ich schon zu viel abgerissen. Genau. Hier. Muss mal gucken. Ich vermute mal die sind symmetrisch. So das passt rein. Der passt hier wahrscheinlich auch rein. Ja gut. Das ist mal ein cleveres System finde ich. Ist zwar wieder ein ganz anderes Ladegerät bei Apple. Ähm. Damit muss man auch leben. Dass da alle fünf, sechs, sieben Jahre einfach mal was Neues kommt bei denen. Ähm. Ist kein Micro USB. Wie gesagt. Entweder. Das Thema brauchen wir jetzt hier nicht aufgreifen. Entweder man ist ähm. Man ist ähm. Man ist Apple User und ähm. Nutzt das oder eben nicht. Und ähm. Das finde ich schon mal praktisch. Dass es auf jeden Fall symmetrisch ist. Und ansonsten werden wir hier wahrscheinlich nicht viel drin haben. So ein Mac ist eigentlich selbst erklärend. Kleine Bedienungsanleitung. Ähm. Und hier ist nichts mehr drunter oder drinnen. Genau. Das war's schon. Das heißt den Karton können wir auch wegpacken. Das heißt in Summe. Ist es natürlich so ähm. Wie man es jetzt sagen will. Für recht wenig. Für viel Geld. Ähm. Aber das. Das was es kann. Ähm. Wenn es das genauso kann. Wie das Vorgängermodell was ich hatte. Beziehungsweise was ich als Pro hatte. Dann bin ich damit schon hoch zufrieden. Und. Jo. Machen wir das mal auf. Ich mach die Kamera etwas runter. Dann kann ich mich hinsetzen. Das ist ein bisschen einfach oben sitzen. Und ich weiß auch nicht. Ob das Gerät geladen ist. Ab Werk. So. So. Das passt schon mal. Das drehen wir etwas so. So. Also. Das ist noch hier drin eingepackt. Das ist so eine Tasche. Kenne ich auch von dem letzten so. Das heißt hier nehme ich es raus. Und. Ähm. Was ich sehr auch an dem letzten geschätzt habe. Ist einfach dass es in 2011 kein vergleichbares Modell gab. Von Windows faktisch. Ähm. Was dieses Aluminiumgehäuse hat. Was ich auch immer noch beim iPhone. Einfach hochwertiger finde. Klar verkratzt ein iPhone auch. Genau wie ein Samsung oder so. Aber. Ähm. Ich hatte drei Jahre ein Samsung. Und dann drei Jahre ein iPhone. Ähm. Die Telefone sehen einfach danach anders aus. Das ist einfach mehr Plastik. Ist schon hier hochwertiger. Ähm. Verwendung von Aluminium rechtfertigt natürlich nicht. Die deutlich höheren Kosten. Aber. Wie gesagt. Das ist ein anderes Thema. Das muss jeder selber wissen. So. So. So sieht das dann offen aus. Hier ist noch so eine Papierschutzfolie zwischen. Und dann gucken wir mal. Ähm. Scheitert schon da dran. Das ich gar nicht weiß. Wie das angeht. Wahrscheinlich hier. Wenn es dann überhaupt. Wenn es denn überhaupt noch Akku hat. Wir gucken erstmal. Hier habe ich zwei von diesen Anschlüssen. Das heißt einmal kann ich meinen Verteiler quasi reinstecken. Und einmal das Ladegerät. Ähm. Ansonsten habe ich hier. Nur hier drüben noch eine Kopfhörerbuchse. Und das war es schon. Mehr habe ich nicht. Ich habe ein relativ großes Trackpad. Das ist hier dieses. Ähm. Mauspad. Würde ich mal sagen. Multifunktionsmauspad bei. Ähm. Das heißt halt Trackpad. Und ja. Ich habe relativ große Tasten. Ähm. Die kenne ich so groß und versenkt schon von dem aus 2011. Ähm. Finde ich wesentlich schöner als bei dem Pro. 2011. Nun sind wir auch acht Jahre weiter. Also ähm. Sollte das natürlich sich auch ein bisschen verändert haben. Ähm. Ich vermute dass es hier angeht. Aber dass es das jetzt nicht tut. Weil es einfach. Faktisch leer ist. Das ist natürlich auch. Typisch Mac. Wenn man ähm. Ein bisschen feuchter Hände hat oder so. Dass man dann gleich Spuren hinterlässt. Hier. Ich habe jetzt das mal kurz ausgepackt. Ähm. Weil man da so eine Übersicht hat oft. Erste Schritte. Und ähm. Ähm. Genau. Hier ist der Thunderbolt 3 USB-C. Anschlüsse zwei Stück. Was noch? Dann die einfache Erklärung. Kopfhörerbuchse. Touch. Ein-Ausschalter. Ja. Genau. Also. Ähm. Da war ich schon auf dem richtigen Schalter. Ich vermute mal. Dass es einfach. Ähm. Einfach jetzt leer ist. Einfach nicht geladen. Und ähm. Ich denke von der Zeit her reicht das auch. So für den ersten Eindruck. Also der erste Eindruck ist eigentlich wie ich es erwartet habe hochwertig. Ähm. Es ist schön leicht. Es soll wohl schwerer sein als das aus 2011. Das kann ich nicht sagen. Aber so von der Bedienung. Von der Aufmachung her. Finde ich auf jeden Fall gut. Dass komplett hier. Viel. Viel von der unteren Fläche quasi. Genutzt ist um große Tasten zu haben. Man kommt mit zwei Händen überall top dran. Hier ist Platz gespart. Das ähm. Multifunktions Trackpad ist sehr schön groß. Und ähm. Ähm. Ja. Die Details. Die ich brauche. Darauf wurde geachtet. Ich finde sieht gut aus. Ganz einfach auch. Und ähm. Ja. Wie gesagt. Wir haben jetzt schon 10 Minuten voll. Ich werde das Gerät jetzt laden. Und dann machen wir einfach ein zweites Video. Zum Thema ähm. Hochfahren starten. Erster Eindruck dabei. Erste Einrichtung des Gerätes. Und dann werde ich auch mal einen neuen äh. iTunes beziehungsweise Apple Account einrichten. Ähm. Habe ich zwar. Aber den nutzt die ganze Familie. Und dann kommt immer mal einer auf die Idee das Passwort zu ändern. Und so. Spieler rein. Und dann ähm. Dann gibt es auch immer mal Probleme. Dass alle Handys dann plötzlich synchronisiert sind. Lädt sich einer an der App runter. Haben dann. Hat dann die ganze Familie plötzlich die neue App. Und ähm. Ja. Das ist da einfacher im Zuge. Wenn man. Wenn ich so ein Gerät mal neu habe. Mache ich das dann neu. Das gehen wir alles durch. Und ansonsten. Wenn es euch bis dahin gefallen hat. Mir gefällt das Gerät. Auf jeden Fall. Deshalb habe ich es ja auch gekauft. Und ähm. Ja. Wenn es euch gefallen hat. Wenn euch der Lieferumfang weiterhilft. Wenn euch andere Informationen weiterhelfen. Ähm. Die ich jetzt nicht gegeben habe. Schreibt es gerne unten rein. Und ansonsten gerne Abo dalassen. Daumen. Und Like. Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.